So Leute, da bin ich wieder. Und ich bin hier. In den A.O. In den Minen. Ich habe keine Ahnung, wie ich erstens hier reinkomme. Ich habe generell gerade überhaupt keine Ahnung mehr. Das eine habe ich gesehen. Eine Sicherung. Aber wie komme ich da hin? Es muss doch denn noch irgendeinen Durchgang oder sowas geben. Wie soll ich denn da hinkommen? Mit der Kiste kann ich nichts machen. Warum kann ich hier ran? Komm ich doch eh nicht hoch. Ohne diesen Scheiß. Und diese dimmige Tür geht auch nicht auf. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Oh, nur um festzustellen, dass ich da eh nicht durchkomme. Hui. Kannst du dich da festhalten, Frau? Nö, kannst du nicht. Wenn ich sie jetzt frage, was ich mache, so sagt sie eben wieder nur Es müsste einen Weg nach draußen gehen. Oh, Intelligenzbeste. Aber, oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Idee. Ich habe eine Idee, Idee. Ich habe eine Idee. Mal sehen, ob das geht. War das jetzt einfach richtig? War das jetzt einfach richtig? War das jetzt einfach richtig? Dann freue ich mir in den Keks. Oh, Baby. Ich werde dich zwar nicht heiraten, aber... Oh, Baby. Ähm, ich kann nicht richtig gucken. Oh, hier geht's durch. Da geht's auch lang. Aber da gehe ich nicht lang. Ich gehe hier durch. Oh, mein Gott. Oh, hier geht's auch lang. Damit es ein bisschen schneller geht. Hui. Ah, toll. Hier ist eine verfickte Ratte. Oh, Entschuldigung. Das Wort darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ah, ich bin hier weg. Hilfe, spring. Äh? Ich glaube, das soll nicht so sein. Ratte, geh doch mal weg von mir. Äh, äh, äh. Da komme ich ja niemals ran. Hui. Ach ja, stimmt. Ja, sowas kann ich ja auch noch. Au, au. Ich habe das total vergessen, dass man das kann. Oh, verdammt. Ich werde hier niemals wieder wegkommen. Okay. Äh, 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 äh. Huh. Und nun? Und nun? Kamera, das ist doof, was du da machst mit mir. Nein, 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 nein Geht weg, ihr blöden Dampfdinger. Oh. Nein, ich hasse dich. Okay. Mann, Ratte, geh weg. Oh, du hör auf zu... Egal. Das ist mir zu egal. Ich bin einfach nur raus. Ach man, ich hasse dich wirklich gerade. Das ist so frustrierend. Oh. Das ist genial. Äh, öh, 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 öh. Kann ja mal... nett sein. Oh, Ratte, du gehst mir voll auf den Keks da unten, weißt du das? Hui! Und, wie ist das Wetter so bei euch zu Hause? Alles schick? Alles gut? Oh, Lara. Ich hasse dich. Ich meine, noch mehr als die Tasse drücken kann ich auch nicht. Warum hältst du dich nicht einfach fest? Äh, äh. Blöde Kuh. Blöde... Boah, ich hasse dich. Na toll, jetzt muss ich wieder warten. So. Irgendwie mach ich bei dem Spiel was falsch. Ich mach's jetzt so, jetzt reicht's. Hui! Danke. Danke. Du kriegst einen Keks. Boah. Da, 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 da. Da, 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 da. Uh. Yeah. I did it. He, 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 he. Ähm. Das ist jetzt aber scheiße. Soll ich denn da rankommen? Soll ich darüber springen? Auf eure Verantwortung! Waah. Ihr seid wieder weg. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Ich hab die... Bo-bo-bo-bo. Ab finish... D-d-d-d... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Was machst du denn? Danke. Äh. 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 Ah? Find ich nicht gut. Ne. Gar nicht. So. Ich begreif's nicht. Ich geh einfach wieder zurück. La la la. Man soll immer dahin gehen, wo man hergekommen ist. Hab ich jetzt mal so beschlossen. Au. Nichts passiert. Schade. Ist das doof. Na, äh, äh. Ich glaube, ich hab' ne Idee. Oh. Nochmal. Wow. Die Trümmer sind einfach verschwunden. Da, 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 da. Aua. Ich kann euch gleich töten, ihr Ratten. Geh weg. Lass mich. Nein. Hui. Äh, pff. Was war das? Schäßeisen. Hui. Hui. Alles zerstören. Ich hasse alles. Ah, das bringt mich grad' auf ne Idee. Vielleicht funktioniert das. Hups, hups, hups. Das ist jetzt aber nicht kaputt gegangen, oder? Ah, natürlich. Von nahen geht's natürlich. Hui. Äh, ih, hm, ha, ja. Hier ist ein Knoppel. Äh, ih, hm, ha, ja. Kann ich mich da raufstellen? Oha. Jetzt wird's witzig. Hä, ih, hm, ha, ja. Hallo. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadler. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich hab keine Zeit für diesen Mist. Aus den Wegen, oder ich töte ihn. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen. Aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass Sie mich nicht dafür töten würden. Sicher? Sicher? Ach, er stimmt, hat sich noch kein Mensch getultet. Ich fürchte, da irren Sie sich. Ohoho, ihr Blick. Genial. Ich hasse dich. Ist das genial. Vor allem, er hat kein Blut verloren und so. Gar nichts. Aber ist okay. Okay. Was man sich alles für Sicherungen tut. Trauma. Ja genau, wisch es an deinem Bein ab. Was auch immer das war. Sollte wahrscheinlich Marmelade darstellen. Hier ist irgendwo noch die letzte Ratte. Wo ist die? Oh. Danke für die Schrottflinte. Und sie macht einfach ganz normal weiter, als wenn nur was gewesen wäre. Hauptsache ich habe die Waffe. Juhu. Na los. Muss ich mir das echt angucken. Ich bin Lara. Ich bin höchst traumatisiert. Oh. Oh weia. Na gut. Blup. Oh. Links und rechts. Links und rechts. Tschüss Larsen. Tschüss. Tschüss. Hey. Oh. Komm mal. Ein Propeller dreht sich. Da 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 da. Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, dass das Ding weiterfällt, wenn ich daran vorbeilaufe. Krass. Was haben die sich dabei gedacht? Okay. Hui. Geht das kaputt? Oh verdammt ey. Ist das ein Scheiß. Ist das eine Kacke. Ist das ein dramatischer Mist. Die Lava sieht ein bisschen aus wie bei Super Mario. Hui. Boah. Mann ey. Nein. Okay. Ähm. Ich würde einfach mal sagen. Wir machen das dann hier im nächsten Teil. Ne? Okay. Bis gleich. Bis gleich.